Ja meine Freunde, servus, da bin ich wieder iBlogger und heute gibt es aber wieder ein kleines Gitarren-Video, die Gitarre liegt hinter mir schon bereit und ja, ich darf ganz einfach sagen, ich wünsche euch viel Spaß dabei, es werden wieder ein paar alte Sachen sein, ein paar neue Sachen, wenn ich wieder mal ein bisschen was ausprobiert habe und ja, dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß und bis gleich. Musik 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 Amen. 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 Ja, meine Freunde, servus, da bin ich wieder, ich hoffe, das kurze Gitarren-Intro und meine paar kleinen Verspieler bitte wenig weglassen oder nicht bemerkt haben. Ich habe schon lange nicht mehr Gitarre gespielt und ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt mich natürlich über einen Daumen nach oben gefreut, ihr habt mich natürlich wunderbar gefreut und dann, wenn ihr neu auf meinem Kanal wisst, kannst du natürlich gerne abonnieren, würde mich freuen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Servus, habetere, euer Blogogger, ciao, bis zum nächsten Mal.